Die hat noch weniger Orientierungssinn als ich. Ach du Scheiße. Aber ich hoffe, dass ich mit der Quest die Erfahrungspunkte für 6.11 vollkrieg. Das wäre der Plan dahinter. Dann kann ich die Waffe der Kleriker ausrüsten und dann sollte ich hoffentlich Eli töten können. Ich will erfordern mich noch für das nächste Level. Oh, viel Flärmpunkte, Wahnsinn. Äh... Steht hier irgendwo, viel XP mir noch fehlt, ne, oder? Das ist die Felswand, auf die ich einfach hoch kann, ne? Ich könnte die Dinger natürlich auch einfach auf der Karte markieren. Okay. Oh, da ist dann oben ist auch noch eine Siedlung. Hm. Ist das ein Luftschiff-Hangar? Ich zack zu viel an in letzter Zeit. Dass ich jetzt noch immer diese verdammte abgeranzte Axt habe, ne? Ich schau's mal. Ich schau's mal. Oh, das ist... ... ... ... Ja. Na, 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 na. Fast immerhin. Oh fuck. Das sind die Dinger. 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 lernen können von von hagen erst mal was essen das ist das toren ding da will ich nicht rein in der eiswüste holt man sich nur frossenbeulen da ist er von hagen ich denke das kann man so stehen lassen zeig mir deine ware ok ich kann es mal absolut nicht verwenden ich hab halt wieder eine gute rüstung noch sonst irgendwas wo ist der rüstmeister eventuell könnte ich mir ein bisschen bessere rüstung besorgen wenn ich schon keine besseren wochen kriege aber ich wette dazu fehlt mir auch die stärke verkaufe mir etwas aus den lagern ich zeige dir alles was du mit deinem rang kaufen darfst selbst wenn akkulüten schwert bin ich viel zu schwach vor allem wenn er für mich zu schwach ist 500 für ein schachterhemd habe ich zu wenig konstitutionen 1 2 2 2 3 2 2 3 4 Vielen Dank. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir hier bekommen. Das behalten wir vielleicht. Ich weiß nicht. Okay, wir schauen, was wir noch rauskriegen hier. Schachterhemd, 3 Rüstung, Schachterhemd. Mechanikhemd gibt halt 12 Rüstung, 45 Paradestärke. Wie viel hat das Ding gekostet? 800. Es bringt aber halt weit mehr als der Helm. Befestigung. Das ist wie sie nicht. Peter